Scheiße. Irgendwie hasst mich das Spiel jetzt. Ich hab glaub ich zu oft gewonnen. Leck mich. Es ist Zeit für ein bisschen Blut. Oh, du bist jetzt. Oh, you want me So, so many possibilities ok crazy face Face. Holla, nice. Okay, warum nicht? Tränen wir mal eben bis rein. Ist es immer wieder die selbe... Aber wir kommen gleich, Schnitz und Schredderer. Na ja, George, du mal tot. Okay. Das ist recht uncool. Das heißt, wir müssen jetzt mal hard aufs Face gehen. Oh, nice. Er kriegt... Alter. Mine Control mit 8 gleich. Wortschief. Ja, und jetzt... Und jetzt sucht er nach Lösungen. Was hat er falsch gemacht? Holy Nova. Fuck my life. Fuck my life. Really. Oh my god. This amazing top deck, man. Please. What? What? Lol. Oh my god. Es ist so ein Krabbel, man. Ich hab schon wieder gewonnen. 6-2. Er steigt auf jeden Fall so enorm hoch, ne? Alter, das ist so phänomenal. 6-2. Er steigt auf jeden Fall so enorm hoch, ne? Alter, das ist so phänomenal. Der Licht wird die Glückwunsch bringen. Oh mein. Oh, ein Schämen. Kann man auch noch nicht? Der Licht wurde hier. Card draw as fuck. Incoming. Was war es? Und? Das ist doch noch lange kein Well Played, Mann. Ich versteh den gerade nicht, okay. Aber, na gut. Na, was machst du jetzt? Oh, wow. Okay. Ja, das hätte ich auch gemacht, an deiner Stelle. Ich lasse meinen Gegner auch immer sehr gerne Kajon, Kollege. Also, das müsstest du dir auch nochmal anmerken lassen. Geil, die Stream Time läuft ja auf der Stunde 30. Er macht wirklich Konkurrenz auf den Winstrix bei 4. Mal gucken. Ich rechne das jetzt noch nicht aus, weil ich bin nämlich guter Dinge, dass ich das schaffe. Bisschen Drawn, dann passt er schon. Geil, Stream. Boah. Okay. Er sieht die Nase wohl voll davon. Ja, die kenne ich auch. Hätte ich auch gehabt. Boah, ich kann es gar nicht pior. Das war's für heute. Überraschung! I am ready! Okay, can someone surprise? Okay, den mochte er wohl nicht. Das fand ich uncool. By the power of Ragnaros, I have the power! No, it's done! So. Der geht mit dem Heal totem arg auf den Sack. Damit auch. So, und damit will ich nur ein bisschen Aufsehen erregen. Okay. 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 Und damit bist du tot. Nice one. So. Dieses Deck gefällt mir sehr. Ja. Und weil's so lustig war, kaufen wir uns das erstmal. Eins, weil ich glaube, ich würd jetzt auch einfach so ganz normal, äh, ein goldes Legendary kriegen. Nee. Fuck. Falsche Päcke kauf dich, Trottel. Egal. Goldes Legendary. Goldes Legendary. Goldes Legendary. Natürlich hab ich da wieder kein Glück. Aber okay. Unduin Versus Jane. Du hast es gefragt. The light shall bring victory. Mage. Den lassen wir auch schon lange nicht mehr. Ja. 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 Ja.